Wusstest du eigentlich, dass über 50% der Menschen das Thema Risiko überhaupt nicht wirklich auf dem Schirm haben und deswegen ganz gruselige Lebensentscheidungen treffen? Und die haben meistens was damit zu tun, überhaupt nicht wirklich am Leben teilzunehmen, weil irgendwann in ihrem Leben mal jemand gesagt hat, Risiko ist schlimm, Risiko ist schlecht. Aber noch eine andere Frage, wusstest du, dass zu unserem Leben Risiko dazugehört? Mein Name ist Sven Lorenz und in diesem Video möchte ich dir jetzt einmal ein paar Fragen stellen in Bezug auf deinen Risikotyp. Denn auch du wirst Strategien entwickelt haben, wie du zumindestens glaubst, mit Risiken sinnvoll umgehen zu können. Und ganz zum Schluss werde ich dir einen Trick verraten, wie du ein besseres, ein schöneres, ein interessanteres, ein aufregenderes Leben haben kannst, ohne dass du zwingend viel mehr Risiken eingehst, im Sinne von, du hast es im Griff. Aber lass uns mal schauen, es gibt praktisch sechs verschiedene Arten, wie du Risiken momentan scheinbar managst, ohne es vielleicht genau zu wissen. Und wir fangen mal an mit dem ersten Typen. Der erste Typ ist der, der gar nichts tut. Und das ist auch der Typ, der gar nicht lebt. Das ist dieser Typ, der alles Mögliche vermeidet, der so gar nichts macht, was irgendwie was mit Risiko zu tun haben kann. Meistens sind das Menschen, die schon im Elternhaus aufgesaugt haben, dass viele Dinge zu tun, die ein bisschen riskant sein können, natürlich schädlich für die Gesundheit sein können, schädlich für den Körper sein können, schädlich für Beziehungen sein können, wie auch immer. Meistens sind das Menschen, die ein sehr, sehr langweiliges Leben führen. Und für sie ist das im Zweifel völlig okay. Allerdings sind sie es meistens, die auch zu anderen aufschauen und sagen, wow, was die da machen, würde ich am liebsten auch gern tun, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Weißt du, so ein simples Beispiel ist so das Thema Extremsport. Ich selbst muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht ganz frei von Risikovermeidung an manchen Stellen und es gibt natürlich auch knallharte Entscheidungen, die ich treffe, wo ich sage, das mache ich nicht. Beispielsweise aus dem Flugzeug springen. Ich käme nie auf die Idee, aus einem intakten Flugzeug rauszuspringen mit einem Fallschirm. Dafür ist für mich ein Flugzeug nicht gemacht und ein Fallschirm ist auch nicht so mein Ding. Aber, was ich getan habe ist, damit ich annähernd an diese Erfahrung rankomme, ich habe einfach in einem Flugtunnel eine Flugsession mit so einem Trainer, mit so einem Coach gebucht und hatte da drin extrem spannende Erfahrungen. Wie das so ist, wenn dir Luftwiderstand sozusagen von unten auf den ganzen Körper bläst und du zumindest ein Gefühl davon bekommst, wie das ist, wenn du fliegst, wenn du aus einem Flugzeug springst. Das war so eine Alternative, die ich für mich genutzt habe. Aber zurück zu dieser Art von Risikomanagement, wenn man es überhaupt so nennen kann. Gar nichts zu tun heißt, nicht zu leben. Gar nichts zu tun heißt, irgendwie nicht aktiv an all den großartigen Möglichkeiten des Lebens teilzunehmen. Und das sorgt natürlich dafür, dass du ein sehr, sehr passives Leben führst und bei den anderen gerne hinschaust, ein bisschen vielleicht auch voyeuristisch unterwegs bist, aber selbst nie ins Tun kommst. Schau mal, ob das in deinem Leben ein Thema ist. Und dann kannst du darüber nachdenken, wenn du ganz bis zum Ende schaust, was könntest du dafür tun, dass es anders wird. Es gibt eine zweite Gruppe oder einen zweiten Typ von Risikomanagement. Und das ist der, der sagt, ich lasse erstmal die anderen machen. Und die anderen machen lassen bedeutet, natürlich interessiert mich das Thema, aber andere machen lassen heißt, ich bin selbst gar nicht aktiv. Aber ich nehme irgendwie daran teil. Das erinnert mich so ein Stück weit an all die Menschen, die in Fußballstadien gehen und bessere Trainer sind als der Trainer selbst. Denn all die Menschen schauen sich ein Fußballspiel vom Spielfeldrand aus an. Von der Tribüne schauen sie sich's an und wissen scheinbar immer mehr als der Spieler auf dem Feld. Aber er ist derjenige, der aufs Spielfeld geht. Er ist derjenige, der sich in den Clinch mit anderen begibt. Oder schaut ihr Boxen an. Ja, wenn zwei Boxer miteinander in den Ring steigen, dann sind sie es, die diesen Kampf ausfechten. Nicht das Publikum, was es immer besser weiß. Ob jemand sich gerade zur falschen Zeit weggeduckt hat oder ob er zu passiv ist oder wie auch immer. Der Boxer nimmt das Risiko zu verlieren. Er nimmt aber auch die Chance zu gewinnen. Und genauso ist es bei jedem Menschen, der aktiv unterwegs ist. Immer nur die anderen machen lassen und das nachher besser wissen, das ist nicht eine sinnvolle Strategie, um Risiken kennenzulernen, um mit Risiken umzugehen. Denn ein Risiko ist am Ende natürlich etwas, was dir Stoff zum Lernen gibt. Denn es könnte ja sein, dass du, wenn du Risiken eingehst, erstens eine großartige Erfahrung machst, vielleicht auch mal einen Fehler, aber aus dem kannst du lernen. Und dann kannst du kalkuliert ein weiteres Risiko eingehen. Also denk mal darüber nach, ob du vielleicht zu denen gehörst, die sagen, ich lasse mal die anderen machen, ich gucke mir das von der Seite aus an und naja, das reicht mir dann schon so für mein Leben. Dritte Gruppe, das sind die echten Miesepeter. Das sind die, die jede Art von Aktivität, jedes Thema, was irgendwie mit Risiken zu tun haben, einfach nur schlecht reden. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an ein typisches Feigenblatt. Es ist eine Entschuldigung, die man sich selbst erzählt, damit man irgendwie eine Bestätigung dafür hat, dass das irgendwie nicht richtig ist. Dass es eine sinnvolle Begründung dafür gibt, es nicht zu tun. Dinge schlecht reden, das sind übrigens auch die Menschen, die schlecht über andere Menschen reden. Weil sie ihnen vielleicht einen Erfolg neiden. Weil sie ihnen vielleicht auch, ich sag's mal, zwar im Geiste nacheifern wollen, aber trotzdem nie genug Mut aufbringen, um etwas zu tun. Und um die eigene Unzulänglichkeit zu überdecken, nehmen sie einfach mehr die Position ein, alles, was mit dem Risiko der Dinge zu tun hat, schlecht zu reden. Ich hoffe, du bist keiner von denen, die das tun. Aber wenn du das ein oder andere Mal einen Impuls an dir entdeckst, wo jemand etwas Großartiges machen will, was mit Risiken zu tun haben, er hat und du redest es schlecht, dann solltest du überlegen, das einzustellen. Weil das ist nicht wirklich hilfreich für dich und natürlich auch nicht für den anderen. Denn es könnte dazu führen, dass der andere, wenn er merkt, dass du die Dinge für ihn schlecht redest, sich klammheimlich oder ganz offiziell aus deinem Leben verabschiedet. Und vielleicht ist dir dieser Mensch ja wichtig. Vielleicht kannst du von diesem Menschen ja auch was lernen. Also denk darüber nach, ob es wirklich ein sinnvoller Weg sein könnte, Dinge, die mit Risiken behaftet sind, die mit Risiken zu tun haben, schlecht zu reden. Es gibt andere Wege, sich mit dieser Art von Risiken auseinanderzusetzen. Vierter Punkt. Es gibt neben dem Schlechtreden auch noch die Gruppe von Menschen, die Beweise dafür suchen, dass das Risiko kein Risiko ist, was man sinnvollerweise eingehen sollte. Ich kenne Menschen beispielsweise, die auf ein hohes Maß an Lebensqualität verzichten, weil sie Angst vorm Fliegen haben. Für sie ist Fliegen ein Risikothema. Und sie suchen natürlich immer wieder Beweise dafür, dass sie sich selbst erzählen können, dass Fliegen eine riskante Geschichte ist. Sie sind auch nicht offen dafür, dass es jede Menge andere, beispielsweise Verkehrsmöglichkeiten gibt, die viel höhere Risiken haben. Weil sie sagen, wenn so ein Flugzeug einmal abstürzt, dann gibt es nicht irgendwie 50% Chance, dann ist das Ding durch. Dann ist das ganze Flugzeug kaputt und dann sind all die ganzen Menschen da drin tot. Und dieses Risiko bin ich nicht bereit einzugehen. Und deswegen nehme ich am Leben nicht in der Weise teil, wie ich das vielleicht gern tun würde. Weil sie irgendwo in Netflix eine Doku über irgendwelche großartigen Spots gesehen haben, die man sich durchaus im Leben mal anschauen könnte. Oder die vielleicht einfach sagen, wow, ein toller Urlaub in der Karibik, das wäre mal was, was ich gern hätte. Oder nach Hawaii zu fliegen. Wir Menschen werden so oft mit den großartigen Möglichkeiten des Lebens auf unterschiedlichsten Wegen und vielleicht auch Möglichkeiten konfrontiert, dass Sehnsüchte entstehen. Und wenn ich dann allerdings meine eigene, ich nenne das jetzt mal Feigheit, etwas auszuprobieren, Feigheit, ein Risiko einzugehen, dadurch versuche zu kompensieren, dass ich nach Beweisen suche, warum Dinge riskant sind und warum sie deswegen in meinem Leben besser nicht stattfinden sollen. Denk mal darüber nach, wie viele positive Erlebnisse, wie viele grundsätzlich geniale Erfahrungen Menschen deswegen nicht machen. Also schau mal, ob du an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal danach gesucht hast, dass irgendetwas, was sich für dich gut anfühlen könnte, scheinbar mit negativen Erfahrungen belastet sein könnte. Ein bestes Beispiel dafür ist für mich auch das Thema Business. Vielleicht ist in dir angelegt, vielleicht ist es in dir drin, dass du gern dein Leben in die eigenen Hände nehmen möchtest. Und zwar in Bezug auf Einkommen, in Bezug auf Selbstständigkeit, in Bezug auf Dinge nach deinen München und Möglichkeiten zu machen. Und dann schaust du dir all die ganzen Existenzen an, die verkracht sind. Du schaust dir all die ganzen Businesses an, die es nicht geschafft haben. Du schaust nicht in die andere Richtung. Du schaust nur, wie viele Unternehmer sind nach den ersten zwei Jahren wieder kaputt, vom Markt verschwunden. Und das ist alleine schon für viele Beweis genug, dass Unternehmer werden ein echtes Risiko ist. Aber ganz ehrlich, ein Risiko ist es nur, wenn du keine Hausaufgaben gemacht hast. Und deswegen meine Empfehlung, denk darüber nach, ob du Beweise schon mal gesucht hast für ein Risiko. Und deswegen nicht bereit warst, das Risiko einzugehen. Es gibt eine fünfte Gruppe und diese fünfte Gruppe, die sucht sich sozial Gleichgesinnte. Das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber es ist am Ende des Tages so. Wir Menschen fühlen uns natürlich unbedingt wohl, wenn wir, egal in welchem Lebensbereich, zu welchem Thema, Gleichgesinnte um uns versammeln können. Wenn wir Teil von etwas sind, wo wir das Gefühl haben, wow, diese Gruppe von Menschen, die denkt genauso wie ich. Weil das bringt dir natürlich Bestätigung deiner Denkweise. Das unterstützt das Mindset, mit dem du unterwegs bist. Das wirkt übrigens im Positiven genauso wie im Negativen. Wenn du eine Gruppe von Menschen suchst, die zu verschiedenen Themen dieselbe Meinung in Bezug auf Risiko haben wie du, dann wirst du dich bestätigt fühlen. Dann wirst du einfach sagen, wow, ich bin doch richtig unterwegs. Es ist sinnvoll, die Dinge nicht zu tun oder genau das nicht zu machen oder hier schon wieder nach dem Grund zu suchen, warum es ein Fehler sein könnte, etwas auszuprobieren. Genauso andersrum, und das Beispiel kenne ich aus meinem Mastermind-Programm, wenn du Unternehmer zusammenbringst, wenn du Menschen zusammenbringst, die in ihrer Gruppe gemeinsam nach Größerem, nach Höherem, nach Entwicklung streben, dann ist das ein Booster, dann ist das eine Riesenmotivation, dann ist das ein echter Katalysator, der Menschen weiterbringt. Und dasselbe passiert übrigens auch, wenn du dir Gleichgesinnte suchst, die dir bestätigen, dass deine Betrachtung von Risiko absolut richtig ist. Also denk mal darüber nach, in welche Richtung du deine Energie lenkst, auch in der Suche nach Menschen, die vielleicht dasselbe denken oder fühlen wie du. Sechste und letzter Punkt, oder sechste und letzte Gruppe, das sind all die, die die Dinge einfach nur auf später verschieben. Warum eigentlich? Weißt du, ich denke immer wieder an die Menschen, die sagen, erst wenn ich älter bin, werde ich bestimmte Dinge von meinen finanziellen Reserven machen. Ich werde erst später einmal eine Weltreise machen. Ich werde später einmal irgendetwas Großartiges erschaffen. Später, später, später. Und weißt du, wie viele Menschen am Ende ihres Lebens zurückschauen und wünschten sich, sie hätten mehr Risiko genommen, sie hätten mehr Entscheidungen getroffen, sie hätten Dinge einfach getan, als dass sie sie nicht tun, als dass sie schlecht darüber denken, als dass sie sie auf später verschieben und verteufeln. Weißt du, wie viele Menschen durch Unfälle geschädigt sind, die sagen, ich hatte noch so viel vor und jetzt kann ich das nicht mehr. Egal, ob sie im Rollstuhl sitzen oder ob sie einfach auf eine andere Art und Weise geschädigt sind. Dinge auf später zu verschieben, heißt, das Leben auf später zu verschieben. Das heißt übrigens nicht, dass du über deine Verhältnisse leben sollst und alle Dinge tun sollst, die du dir vielleicht jetzt gar nicht leisten kannst. Aber Dinge auf später zu verschieben, nur weil du jetzt nicht bereit bist, eine Entscheidung zu treffen, nur weil du glaubst, da kommt noch was Besseres um die Ecke, nur weil du glaubst, die Dinge sind zu riskant im Leben, das ist keine gute Idee. Denn dafür gibt es tatsächlich viel zu viele Beweise von Menschen, die dir sagen würden, warte nicht auf später, verschiebe die Dinge nicht einfach in die Zukunft. Lebe jetzt, mach es jetzt, entscheide dich jetzt. Was soll denn schlimmstenfalls passieren? Und denk mal darüber nach, ob du schon mal an der einen oder anderen Stelle etwas, worauf du richtig Lust hast, nach hinten verschoben hast. Und übrigens, viele Träume, die sterben auch mit der Zeit. Irgendwas, was dir in deinem Leben mal wichtig war oder was dir Bedeutung gegeben hätte und was du auch später verschoben hast, das fliegt einfach irgendwann an dir vorbei. Es fällt hinten runter, weil dieser Traum plötzlich einem anderen Traum Platz machen muss. Und du hättest beide leben können. Also, das ist aus meiner Sicht auch etwas, was am schnellsten zu beheben geht. Dinge auf später zu verschieben, nicht mehr zu tun, sondern sie vorzuziehen und im Rahmen deiner Möglichkeiten jetzt damit umzugehen. Warum ist überhaupt diese Betrachtung des Themas Risiko und was für ein Risikotyp du vielleicht sein kannst oder wen du kennst, der versucht, sein Leben sozusagen genau so zu führen? Warum ist das so wichtig? Weil es natürlich auch etwas damit zu tun hat, wie du deinen finanziellen Erfolg unter Risikoaspekten managst, wie du ihn vorbereitest. Viele Menschen, die ich getroffen habe, haben irgendwann mal von irgendeinem anderen, der wiederum jemanden kennt, gehört, dass Aktienanlage extrem riskant ist. Oder dass der Kauf einer eigenen Immobilie extrem riskant ist. Und wenn du dich nicht auskennst, kannst du alles verlieren. Oder ein Unternehmen zu gründen, ist das größte Risiko überhaupt, weil du die Sicherheit eines Gehalts aufgibst, die Sicherheit einer Community, die Sicherheit einer wirtschaftlich stabilen Umgebung. Und ganz ehrlich, ja natürlich sind Risiken in all diesen Themen dabei. Aber es gibt den Weg, auch da durchzugehen. Und deswegen jetzt zum Schluss, wie ich es dir versprochen habe, mal ein, zwei kurze Hinweise dazu, was du tun kannst. Und was ganz, ganz simpel ist. Weißt du, du kannst alle Informationen dieser Welt praktisch jeden Tag innerhalb von wenigen Sekunden auf Knopfdruck bekommen. Und das lässt sich zusammenfassen unter Zahlen, Daten, Fakten. Wenn du eine Frage hast, die du heute mit einem Risiko bewerten würdest, dann besorg dir alle Zahlen, Daten, Fakten, die du dazu gewinnen kannst. Hol dir Statistiken an Bord. Mach dich schlau. Sprich mit Menschen, die Erfahrung in diesem Bereich gemacht haben. Zieh dir alle Informationen heran, die du bekommen kannst, um dir ein wirklich fundiertes und vollumfassendes Bild über dieses Thema machen zu können. Und wenn du dieses gemacht hast, dann kannst du auch Wahrscheinlichkeiten ableiten, wie es für dich ausgehen würde. Und wenn du das einmal gemacht hast, wirst du, und das verspreche ich dir, zu der Erkenntnis gekommen, dass jedem vermeintlichen Risiko wesentlich mehr als 50% Chance gegenüberstehen. Und das darf dann durchaus mit der Erkenntnis einhergehen, hey, was soll schlimmstenfalls passieren? Ich mache es jetzt einfach mal. Ich probiere das aus. Weißt du was? Ganz viele Menschen vor dir haben das genauso gemacht. Und sie fühlen sich großartig. Sie haben tolle Erfahrungen gemacht. Sie sind im Leben weitergekommen. Sie haben sich entwickelt. Und wenn du dein Verhalten dann ein Stück weit mehr adjustiert hast, wenn du über den Tellerrand geschaut hast, wenn du bereit warst, mal eine neue Erfahrung zu machen, dann stellst du fest, es gibt so unglaublich viele Tools, Techniken und Möglichkeiten, um deine Risiken auch ein Stück im Griff zu behalten, um sie zu managen, um sie zu kontrollieren und um gegenwirken zu können. Und das möchte ich dir zum Schluss mitgeben. Risiken sind immer handelbar. Jedes Risiko kannst du managen. In deinem Privatleben, in deinem Unternehmertum, in deiner Finanzstrategie. Du kannst alle Risiken managen. Wenn du weißt, wie es geht. Und das kannst du dir alles erarbeiten. Gar keine Risiken einzugehen. Sie zu vermeiden. Alle die Dinge zu tun, über die ich dir gerade was erzählt habe, heißt einfach nur, du lebst ein Leben nicht mal im Durchschnitt, sondern unterm Durchschnitt. Und das ist jetzt keine Missachtung deines bisherigen Lebenserfolges. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache. Und wenn du glaubst, dass dein Leben mehr verdient hat, dass du mehr verdient hast, dann solltest du anfangen, darüber nachzudenken, all die ganzen Risikofehler, die Begründungen, warum du nicht bereit bist, irgendetwas anders zu tun oder zu machen, mal einfach Stück für Stück abzulegen. Und wenn dir dieses Video dabei geholfen hat, einen Impuls mitzunehmen und jetzt Stück für Stück mal ein bisschen mehr Leben in dein Leben zu holen, dann hat es sich gelohnt, diese Zeit mit mir hier gemeinsam zu verbringen. Und wenn du glaubst, dass dir weitere Impulse helfen könnten in Bezug auf, was tut man eigentlich, wenn man ein Risiko managen will? Was gibt es für Optionen, die das Leben lebenswert machen in Bezug auf ein eigenes Business, in Bezug auf Investment? Wo kannst du viele Informationen gewinnen, wo ich dir gerade gesagt habe, zieh dir Informationen, dann bist du hier auf diesem Kanal genau richtig. Also abonniere auch diesen Kanal, schau nicht einfach immer mal nur vorbei und dann bekommst du auch ein angezeigt, also das neueste Video, das nächste Video angezeigt, wenn du die Glocke abonnierst beziehungsweise betätigst. Ich wünsche dir jetzt mal bei der Analyse deines bisherigen Risikoverhaltens viel Spaß, ich wünsche dir gute Erkenntnisse und ich wünsche dir natürlich ein tolles Leben, wenn du bereit bist, mehr Risiko zu nehmen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und bis dahin dir alles Gute. Ciao, ciao.